Ja hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Infamous The Second Son. Ja, mein Name ist Sascha, danke dass ihr eingeschaltet habt. Wir sind in Paramount unterwegs und müssen dieses Viertel noch befreien. Bitte nicht wundern, dass da dieser Geheimagent immer noch angezeigt wird. Das ist irgendwie ein Bug, normalerweise müsste der, wenn er aus der Sichtweite kommt, also länger nicht mehr, müsste das weggehen. Aber in der letzten Folge haben wir es ja versucht, aber der ist natürlich in dieses gegnerische Lager darunter oder irgendwo dahin gerannt. Und da den zu kriegen, das ist so gut wie nicht möglich. Weil da wirklich so viele D.U.B. Truppen waren. Deswegen probieren wir es jetzt nochmal. Also wir probieren es später nochmal, wenn wir drumherum alles befriedet haben. Jetzt werden wir primär erstmal die ganzen kleinen Sachen hier machen. Wir wollen ja Settel ganz befreien. Und außerdem ist das ja noch eine Aufgabe. Ach, ihr schon wieder, ja super. Super, ja sehr gut. Ich hab, ihr habt ja meine Aufmerksamkeit. Gut, der ging daneben. Ja, kommt schon. Ja, ist ja in Ordnung. Gut, noch ein bisschen Karma abholen. Genau, entspann dich. Leg dich hin, entspann dich. Kriegst du eine kleine Massage. So. Und das Ding noch zu hauen. Da rennt einer weg. Das kriege ich, das kriege ich. Ja, willst du abhauen und dann deinen Leuten wieder anschließen, um wieder gegen mich zu kämpfen. Aber, keine Chance. Deine Schuld, meine Schuld. Natürlich ist deine Schuld. Ich bin ein Superheld. Ich hab echt Bock, wenn ich das so sehe, das hat sich von der Grafik nicht so schön und die Spiele sind auch schon ein bisschen älter. Ich werde mir echt wahrscheinlich den Vorgänger, ich glaube es waren sogar zwei Teile, für die PS3 holen. Und die auch noch spielen, wenn ihr mal irgendwann Zeit habt. Ich muss ja erstmal hier einen kleinen Rückstand aufholen. Also wirklich ein bisschen die Spiele, die hier schon eine Ewigkeit rumliegen. Ich hab ja hier noch zwei Spiele, Watch Dogs und Metal Gear Solid. Ihr hört ja die Musik. Oh cool. Also ich hab ja noch zwei andere Spiele rumliegen. Ach, da oben ist es. Das hängt da. Okay, ehrlich. Also ich hab ja noch zwei andere Spiele, die ich eigentlich unbedingt spielen würde. Watch Dogs und Metal Gear Solid. Ich hab früher mal Metal Gear Solid auf der PS2, glaube ich, noch gezockt. Auf dieser, ich glaube, Öl-Plattform war das. Ähm, und ich würde es unbedingt nochmal spielen. Das liegt hier auch schon ewig keiner rum. Aber aktuell hab ich jetzt, keine Ahnung, vier Projekte plus den Multiplayer. Plus da kommt jetzt noch ein anderer Multiplayer. Heute oder morgen, also, na gut. Nicht heute oder morgen, sondern vor gestern online. Ähm, freut euch drauf, das ist echt lustig. Ähm, ja. Ich denke da jetzt noch zwei weitere Projekte anzufangen ist einfach too much. Schließen wir erstmal die hier ab und dann spielen wir noch ein bisschen Watch Dogs. Und, ähm, da kommen ja schon, am 19. kommt ja schon, äh, Diablo 3. Da freu ich mich auch richtig drauf. Für die PS4. Ah, da freu ich mich richtig drauf. Was? Wo, 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 wo? Da ist er. Ja, wie gesagt, auf Diablo 3 freu ich mich richtig. Ähm, das werde ich auch... Ja, ich hab dann zwei Tage frei. Ich glaub, da werde ich mal eine ganz lange Session machen. Natürlich jetzt doof für Let's Player, die auf irgendwie auf Kommentare schreiben oder so. Oder Plätze Zuschauer, aber so viel schreiben ja noch nicht. Und ich will ja eigentlich auch so spielen, wie ich Bock habe. Ich werde da echt... Hier in den großen Eimer nehmen... Nein, machen wir natürlich nicht. Aber ich werde mich echt hier auf dem Sofa schön bequem machen. Und dann werde ich zwei Tage lang nur Diablo zocken. Ich hab's vorher noch nie gespielt, aber ich hab dazu ein paar Let's Plays gesehen und ich fand's echt geil. Gut, was haben wir als nächstes? Vorher wir uns hier verplappern, nehmen wir mal die Kamera hier. Gut, die sind wir ja in der Ecke. Nee, ja. Ich freu mich da schon drauf. Hab's mir schon vorbestellt. Gut, komm Macher, wo bist du? Such dich. Gut, mach mal diese Dinger, ey. Die nerven mich so. Und tot. Tot. Na, ach verdammt. Ach, das war jetzt eigentlich nicht nötig. Das war jetzt eigentlich nicht nötig. Aber wir machen da oben mal weiter. Oder wir fangen mal ganz da oben an und arbeiten uns nach unten durch. Genau. Yippie, yippie. Wir fangen mal oben an der Ecke an und arbeiten uns nach unten durch. Er wirkt so ernst. Na, Mädel? Na, Mädel? Na, süßer? Ja. Na, süßer? Willst du mit mir gehen? Na, 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 na? Na, süßer? Na, 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 komm schon, süßer. Na, 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 okay. Oh. Verdächtiger Kämpf. Weißt du was? Oh Gott, den hab ich gar nicht gesehen. Verdammt, Entschuldigung. Das gibt schlechtes Karma. Bist du? Hinter mir. Da bist du. Komm her. Und da oben ist noch einer. Und noch einer. Und zwei Seiten welche geschossen. Ey, findet ihr das nicht fair? Das ist noch oben. Ach, da oben auf dem Turm. Jawohl. Und weg ist er. Das war ja ein bisschen wenig. Gut. Da ballert immer noch einer. Ganz ehrlich. Und tschüss. Und du kommst heute Abend nicht nach Hause. Aber hier ist alles runterpoltert. Er muss eigentlich den ganzen Scheiß dann hinterherklapp wegräumen. Ja, ich bin ja dafür, dass das die ganzen Diubier, die ich da nicht getötet hab, da hab ich ja ganz viele besiegt. Gut, machen wir die versteckte Kamera, wenn wir schon mal hier sind. Gut, hat in der Nähe eine Kamera versteckt, warum auch immer. Ja, warum auch immer so ein Parkfilm. Okay. Drei Laternen. Und links, äh, ja, ist eine kleine Mauer. Okay, da ist die kleine Mauer. Ich glaube, ich stehe mittendrin. Dann muss die da sind, die Laternen. Muss die da oben sein. Da ist er doch. Perfekt. Oh, und das nicht mal gecheatet, ey, oder so. Und dann nachgeguckt. Perfekt. Ja, wie gesagt, ich bin ja dafür, dass die ganzen Diubie-Leute, die ich hier betäubt habe, dass die dann hinterher so arbeitskolonnen-mäßig den ganzen Scheiß wegräumen. Gut. Ich will ein Kind von ihnen jetzt sofort. Ähm, ach, später. Wird grad aufgenommen, da ist es nicht so gut, junge Frau. Gut, dann wieder. Jetzt Graffiti-Time. Eiskalt erwischt. Seitwärts halten, schütteln. Ab geht's. Und, was war das? Bisschen komisch aus. Guckt echt ein bisschen komisch aus, mein Jun. Eine Eisbombe. Ja, super. 40% haben wir noch in Paramount. Warum liegst du denn hier oben auf dem Boden? Nee, passiert doch nichts. Das sagt dir auch keiner. Sei mal artig zu deinen Kindern und zu deiner Frau und dann ist alles gut. Helft deinem Mitmenschen ein bisschen. Ja, wo ist er denn auch da unten ist er? Danke. All diese Sprüche da immer im Hintergrund. Verneige mich, stimmt vor Ihnen. Und die nächste Schablone. Ja, wo geht's weiter? Da oben. Na, komm her. Na? Na? Ja, okay. Da geht's weiter. USA, USA! Ah, das können sie die Amis. Einfach dumme Parolen. Hirnlose Parolen. USA, das beste Land der Welt. USA, USA! USA! Kackland, ey. Ganz ehrlich. bekomme ich jetzt auch weiter haben auch nehmen muss das wieder von gegenüber machen richtig übergelust und meine er kommt dann da hoch gehen wir gleich ganz hoch und dann um so hinterm ist man dann 3 2 1 abflug und 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 knapp vorbei fach noch mal das ganze bevor ihr sitzt da so in einem büro und dann fliegt da einer an eurem fenster hoch ok dann zweiter versuch und 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 jawollah habt ihr das gesehen im zweiten anlauf das gibt es gut wo geht es weiter dann nehmen wir gleich noch die da oben mit ach man da war es auch ein bisschen ermüdigend das ist jäger und sammler Guck mal, da kommt sie doch wieder. Schön im Tiefflug, jawoll. Hab ich. Perfekt. Meins. Gut, was kommt als nächstes? Gut, dann machen wir da den Handscanner. Und dann können wir dann wahrscheinlich, in dieser Folge werden wir das wahrscheinlich nicht mehr schaffen, aber in der nächsten Folge dann die Viertelmission abschließen. Äh, 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 ja. Parkplatz der Zukunft, oder? Warum hängt der da doch? Was ist das? Warum macht der das? Ja. Dieser Mann ist ein Gottesgeschenk. Ja, ja. Oh, jetzt sind noch ein paar übrig. Alpha 9, wie ist euer... Ja, wie ist eure Lage? Wo ist er hin? Wo ist er hin? Da war da eben noch ein zweiter. Da ist er. Ach, du willst auch flüchten. Nix ist, nix ist. Sitzt, lass, lass. Aus. Ja, dann auf zur nächsten Scherbe. Wir sind alle sehr stark. Dankeschön. Empfehlen Sie mich weiter. Ich sollte mir mal Visitenkarten machen. Dennis in Roe. Ein freundlicher Superheld von nebenan. Ich freue mich schon auf die nächste Superkraft. Alter, da freue ich mich schon drauf. Delta 3, bitte berichten. Gibt nichts zu berichten. Na, ach, dieser Winkel ist auch ganz... Komm, komm. Na, na. Jawoll, wollte ich schon sagen. Stirbst du auch nicht? Wer sagt denn das? Gut. Was haben wir jetzt noch hier? Und da unten haben wir noch eine Scherbe. Da oben haben wir eine Kamera. Da oben haben wir noch zwei Audio-Protokolle. Ja, dann nehmen wir mal die Scherbe noch. Ich studie doch nix. Viertel-Finalkampfmissionen ist jetzt verfügbar. Ja, das machen wir aber nächste Folge, würde ich sagen. Oh, warum bin ich denn nur so müde? Ich bin die ganze Zeit nur am Gehnen, ey. Ich meine, ich habe Nachtdienst gehabt, aber das ist ja kein Problem. Da, wo ist er? Wo ist er? Da, wo, wo, vor mir? Wo ist er? Wo ist er? Da oben? Nee. Wo ist er? Ach, da ist er. Da ist er. Sich versteckt der kleine Schelm. Meins. Gut, dann würde ich sagen, Audio-Protokoll. Wo ist es? Wo ist es? Da unten muss es irgendwo sein. Na, da ist es. Gut. Neh mal. Finden und laden. Wo ist es da? Da wird es weniger. Ach, komm schon. komm schon ein kleiner kette affe ok und wieder aktivieren 40 meter wird mehr wird mehr falsche richtung weniger ach so dass ich hier drüben auf dem dach legen 22 meter wir kommen näher 25 27 irgendwo ok dann liegt es hier ja 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 ich höre es ist was ich höre es ist was wo ist es sieben Meter aber es mehr äh wo ist der gestorben wo ist es wo ist es wo ist es ja 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 da liegt es perfekt Augustin sucht sie und zwar mit allen Mittelmann vor ein paar Tagen erst kamen wir zu einer Demo gegen das DUP und haben die Demonstranten sofort festgesetzt so nennen wir es sie in Beton einzuhüllen Augustin versprach dem ersten der sie zu DELS & Rowe führen würde die Freiheit wenn sich einem diese Betondolche in die Knochen bohren würde man alles sagen damit es aufhört jeder einzelne von ihnen schwor beim Grab seiner Mutter er könnte sie zu ihnen führen das waren bestimmt nur Lügen und trotzdem seien sie auf der Hut das ist echt ein Miststück dieser August Augustin heißt der gut dann holen wir uns hier oben noch auf dem Weg zum letzten noch die Kamera ja ist klar stehen mehr sterben mehr Menschen durch Anschläge von Bio-Terroristen als ja wahrscheinlich die eigenen Soldaten ja gut sind ja auch Menschen aber zählen nicht so wo ist die Kamera wo ist sie ah ne ist ein Käfig aber da ist die Kamera ja den Käfig können wir ja auch gleich noch komm Leute ihr seid frei raus mit euch fliegt ihr kleinen Türchen ich bin kein Bio-Terrorist ich bin ein Konduit ich bin ein Superheld dann würde ich sagen wenn wir schon mal hier sind aber ah sieht das schön aus und wir den Bergen super gefällt mir aber ich würde sagen das machen wir in der nächsten Folge oder was sagt ihr ja in der nächsten Folge boah das sieht echt schön aus machen wir noch ein paar Screenshots von gut ja ich würde sagen vielen vielen Dank ja rasch noch ein bisschen mit deiner Kette ja vielen Dank dass ihr wieder eingeschaltet habt wenn es euch gefallen hat dann bitte bewerten gibt einen Daumen hoch wenn nicht schreibt es bitte in die Kommentare und ich schaue mal was ich besser machen kann ich hoffe wir sehen uns bei der nächsten Folge wenn es wieder heißt InfoSecond mit mir dem Sascha vielen vielen Dank und auf Wiedergeschaut schreit und Vielen Dank.